Und willkommen zurück zu Let's Play's Secret of Mana, das together mit Tamiko-chan. Und John McLeod. Jawoll. Jo, das letzte Mal haben wir mal wieder einen Boss getötet, wie in jedem Part eigentlich. Lass ich diesmal die Reise buchen. Ja, natürlich. Ja, das letzte Mal haben wir einen Boss getötet und den Mana-Samen des Feuers aktiviert, aber leider haben Sandalor immer noch kein Wasser. Der einer von diesen oberen Herren, der älteste ist es glaube ich nicht, ich weiß es nicht genau, sagt, wir brauchen ein Dingelchen. Und wir vermuten mal, dass es dieses Dingelchen im Imperium gibt, weil das neu ist. Da konnten wir bisher nicht hinweisen. Jo, es ist neu. Also werden wir das jetzt einfach tun. Jo. Klingt zwar gefährlich, wir haben ja schon oft was davon gehört. Aber naja. Früher oder später müssen wir ja da mal hin. Ich glaube, Viktor ist auch gerade dort. Solange Viktor dort ist, passiert uns nichts. Hoffen wir es mal. Ich sage doch immer, alle Freunde von Viktor sind auch unsere Freunde. Ja, aber im Imperium ist der Feind. Okay, die Reise ist mal wieder weit und... Hm, sieht seltsam aus. Besteht das Imperium nicht aus zwei Städten, aus Nord und Süd? Ich habe auch sowas im Hinterkopf. Auf jeden Fall wissen wir ja schon mal, wie wir zurückkommen, das ist gut. Jaja, das ist Nordstadt. Hier sieht es aber schön aus. Schön grün. Hm, ich habe mir das jetzt alles viel hässlicher vorgestellt. Mal gucken, ob ich richtig habe, ob wir in Nordstadt sind oder ob das Südstadt ist. Willkommen in Südstadt. Mit Stadtmauer. Wir laufen gerade drauf. Hm. Erinnert mich an meine Heimat. Ja. Meine Heimat hat auch eine Stadtmauer, da kannst du einmal ganz so rumlaufen. Hm, schön. Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Aha. Er ist Maria. Werden wir bestimmt bald erfahren, wenn er es so erwähnt. Oh Gott. Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Hm. Scheint wichtig zu sein, diese Person. Der Imperator hat nicht mehr alle Tossen im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat eine Monsterarmee im Schloss. Oh je, das klingt gefährlich. Sollen wir mal gucken, was die uns so verkaufen? Ja, Shopping. Gut, das scheint gar nicht das Shopping zu sein. Das scheint... Schlafen, ne? Ja. Stimmt. 100G. Ne, wir haben gerade geschlafen. Und das ist deutlich billiger. Ja, schweigern können. Brauchen wir nicht, aber hätten wir können, wenn wir nicht schlimm sind. Ah. Ich glaube, in Südstadt ist der Laden oben, über dem Hotel genau. Ah, das ist natürlich sehr praktisch. Mal gucken. Da gibt es bestimmt endlich mal was Neues hier. Oh ja. Dämonenring. Okay, den werden wir wohl dreimal kaufen. Ja, die Silberkette haben wir meines Wissens nach. Deswegen ist der Dämonenring bestimmt besser. So. Und die rote Rüstung, die Juwelweste. Die Goldweste haben wir und die Titanenrüstung war nicht so stark. Dreimal eine Juwelenweste also. Ja, das geht vom Geld noch. Das ist auch knapp. Ja, wir können das ja nachher umrüsten und verkaufen. Das werden wir genau jetzt müssen, sonst können wir uns keine Mützen leisten, weil das ist nur die Strickmütze. Und ich bin... Waschbärmütze? Ich bin mir gerade nicht sicher. Waschbärmütze müsst ihr unsere Kuppel denn haben. Müssen wir gleich mal checken. Und die Goldkrone, ob das jemand von uns hat, das Zeug. Fangen du an. Okay, fangen wir mal an. Ah, wir haben alle... Das haben wir ja alle drei. Kannst du eigentlich gleich zweimal abwählen. Dann können wir das gleich mitverkaufen. Ja, genau. Wobei der Junge wird sie wahrscheinlich anlassen. Ich glaube, das war einmal was für dich und einmal was für sie, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, na gut, machen wir das erst mal. Also, weg damit. So, da gehen die Abwehrwerte schön hoch. Ihr seht es ja oben rechts. Das ist... Das wird uns behilflich sein. Dann bin jetzt ich dran. Kleid. Ich lege die Mütze ab. Mhm. Hast du auch deine Eukchen geschlossen? Ja, immer doch. Ich gucke nur den Händler an. Ah, der Händler guckt dir zu. Ich war gerade irritiert, weil meine Mutter so laut spricht. Ich habe gedacht, die hat gerufen, aber die telefoniert. Ach so. So. Jetzt können wir das Zeug verkaufen. Ich warte mal gerade mit den Mützen noch, weil ich sicher gehen will. Aber das hier kann auf jeden Fall weg. Das gibt gut Geld. Gut. Und das noch. Ja, davon sollte man sich noch zwei Mützen leisten können. Das stimmt. Guck eben mal. Kaufen. Und ich habe gedacht, die wäre für uns alle... Nein, die waren nur für uns zwei, hast du recht gehört. Euch beide? Aber das da... Jetzt ist die... Ne, das ist billiger. Die Goldkrone war nicht so... Ja, jetzt sieht man ja am Preis. Die Goldkrone hätten wir schon mal haben können. Und zwar auf der Weihnachtsinsel. Ja, sieht man ja auch am Preis. Okay, dann kriegt ihr das zweimal. So, dann kann ich das jetzt auch sicher verkaufen. Dann haben wir's. Tja, der Junge muss noch ein bisschen mit der Waschbärmütze umlaufen. Das ist ein bisschen süßes Satz. Jo. Ha. Strickmütze. 26, Steph. Wunderbar. Die Kobolden brauchen wir noch. Genau. So, neu eingekleidet. Schick, schick. Ist da noch was? Nö. Gut, schlafen müssen wir immer noch nicht. Nö, müssen wir auch nicht. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Da hinten war nichts mehr. Nicht, okay. Oh, guck mal den Brunnen. Der ist doch schön. Den kennen wir, glaube ich, schon in Alpen. Du bist neu. Der geht weg. Bevor wir jetzt hinterherlaufen, schauen wir uns die Stadt noch voll an. Weil wir konnten uns eben nicht bewegen. Das heißt wohl, der ist wichtig. Aber es scheint, als wäre das das einzige Haus, wo wir derzeit besuchen könnten. Jep, sieht so aus. Na gut, dann gehen wir dem mal nach. Müssen wir wohl. Das ist schon mysteriös, der Kerl, hm? Verschwindet hier! Ich glaube, wenn wir über die Mauer kommen, kann man auch andere Häuser angucken. Okay, gucken wir mal. Weil... Ja, gehen. Müsste gehen. Theoretisch. Ja, klar. Wenn wir jetzt außen rum... Ah, ja. Ah. Okay, die ist da reingegangen. Das heißt, das Haus ist wohl wichtig. Willst du dich erst umgucken? Ja. Nur mal sicher zu gehen. Ich glaube, da oben waren noch Leute. Ist richtig gerade da. Sie zum Beispiel. Da ist noch eine Frau. Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Mh-mh. Ah, dafür ist schön grün. Mir gefällt das. Gehört ihr zu den Rebellen? Nö, nö. Nö. Keine Angst. Da ist nix. Auch nix. Noch ein Brunnen. Schöne. Diese ganze Stadt hat nur zwei Häuser? Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Das nennt sich Imperium. Das nennt sich Spielelogik. Ja. So, die sieht ein bisschen aus wie die Hexe von Dingens, ne? Vom Anfang. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Äh, woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasneka. Habe das richtig gesprochen? Ja. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt ihr am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Okay. Ein geheimer Code, um da durchzukommen. So, wenn wir uns merken bis dahin. 634. 634. 634. 634. 634. 634. Habe ich 634 schon gesagt? Ach, im Übrigen, der Code ist 634. Wusstest du, dass der Code 634 ist? Ja, wenn wir den jetzt noch vergessen, dann weiß der Geier, was los ist. Wie lautet die Parole? Auf einmal fragt er uns, ne? Ja. Okay, ich darf eingeben. Wann soll er es bekommen? 6, 3, 4. Und weh, die stimmt nicht. Rein mit euch. Natürlich stimmt. Die haben ja auch ich mir gemerkt. Yeah. Oh, Dungeon. Fischis. Kanalisation. Und? Ich haße sie. Entschuldigung. Ist scheiße, ne? Entschuldigung. Ist richtig scheiße. Es verfolgt mich in jedem Spiel, deswegen. Ist so ein kleiner Running Gag bei meinen Let's Plays. Ich weiß auch nicht. In jedem Spiel eine Kanalisation. Gut zu wissen. Das ist ein Gag, wo ich wo einbauen kann. Ja. Länzt mich bei Grandia dann in der Kanalisation ein, oder was? Ach, guck mal. Meine Lieblinge. Supper-Blobbies. Hat mir bisher aber noch gar keiner erzählt, dass du, ähm, Kanalisationen so liebst. Ja, das hat sich mit der Zeit so ergeben. Oh, ihr seid vereist. Schwiegen wir nach. Und schon wieder. Eieiei. Ja, aber ich versuche mal die zwei da oben zu kennen, dann komme ich euch zu Hilfe. Nee, du musst da irgendwie den Kap hauen. Nee, nee, nee. Ich will kein Schneemann sein. Äh, ja, wir könnten unser Wochenthema, äh, weiter ausführen. Äh, Praterfire. Ich finde eben eine runde Kraftwasser. Sicher ist sicher. Und wenn die uns jetzt gleich wieder verabohlen, ein bisschen können wir noch warten. Ja, das geht eigentlich noch. Was hilft denn gegen Eisplops am besten? Wahrscheinlich Feuer. Äh, Feuerklinge. Hm. Das könnte wirklich gut helfen. Das ist die Donnerklinge. Ja, muss so. Da ist Vesuvio. Und die hält nur nicht lang, weil das ist die, wo noch nicht aufgelevelt ist. Hm, erst das nächste Mal dann. Ah, ich hab nicht getroffen. Ja, gar nicht. Na gut, jetzt stecken mit der Feuerklinge können wir auch normal draufhämmern. Ah, ist ja schön. Sind die nämlich schön im Brutzelzustand. Ähm, eins meiner absoluten Lieblings-Playstation-1-Rollenspiele ist Chrono Cross. Der Nachfolger von Chrono Trigger. Ah, warte mal, ich komme gleich. Dann kann ich mehr viel haben. Und dann können wir uns zusammen nach rechts begeben. Okay, gehen wir rüber. Es war klar, dass der sich jetzt teilt. Deswegen lade ich mal auf. Ach ja, es macht immer wieder Spaß mit denen. So, und drauf. Yes. Okay, die können nicht mehr viel haben. Na, komm. Oh yeah. Tötet ihn. Da hast du noch zwei. Nein, nicht schon wieder teilen. Oh, die sind so fies, ey. Normal würde ich sagen, lassen wir es. Aber ich hab dir versprochen, dass du diesmal so viele Blobs, wie du willst, erledigen darfst. Ja, wenigstens einmal. Damit wir uns sagen können, wir haben es geschafft, so nach dem Motto, ne? Ich geh jetzt mal mit hier. Kannst du nicht. Ja, ich bin gerade in der Koboldin. Damit das ein bisschen... Oh, ich glaube, ich hab auf dich eingeschlagen. Das macht nichts, das spür ich nicht. Ich hab den schon geschlagen. Mann, Mann, die halten aber auch was aus. Ich hoffe, ich hab jetzt schon auf den draufgedotzt. Dann ist es ihm egal. Komm, mach dich ruhig um den. Ich kümmere mich um die anderen zwei. Chrono Cross hat storytechnisch nicht wirklich was mit Chrono Trigger zu tun. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht so gut wie Chrono Trigger. Aber ist immer noch eines der besten Rollenspiele, meiner Meinung nach. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ist leider hierzulande nie erschienen. Alles auf Englisch. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch so ein Spiel, das ich unbedingt mal jetzt playen möchte. Das ist auch schon richtig lang für mich her. Es hat ganz viele Endings, hat unglaublich viele spielebare Charaktere. Ganz, ganz viel Tiefgang. Wunderschöne Optik. Finde ich sogar noch ein bisschen besser wie die Final Fantasy auf der Playstation 1. Also, das ist super. Ja. Ach ja. Ich meine, wir leveln ja auch jetzt schön, ne? Oh, ich bin kein Schneemann mehr. So, es sind gerade nur noch zwei, dann komme ich mal drauf. Nur noch einer? Oh. Nein, es sind wieder zwei. Ja, okay, wenn man es jetzt einmal... Oh Gott. Okay, gib mir noch drei Minuten, dann hör mal auf. Noch drei Minuten. Aber das ist eine schöne Level-Phasen, das ist ja alles nicht umsonst, was wir hier machen. So, mal gucken. So, gebt euch Mühe. So, und drauf. Ach, komm schon. Jetzt machen wir es in der Enge hier einfach fertig. Ist, glaube ich, nur noch einer, oder? Ja, im Moment schon. Kommt doch an, wie schnell der sich wieder teilt. Wir haben es, oder? Ist noch einer da? Nein, kam es nicht. Haha, sind wir gut. Aber macht noch Spaß. So, okay. Ja, ich hab... Also, jetzt müssen wir es nicht nochmal schaffen. Mit einmal bin ich zufrieden. Halt, da geht es gar nicht weiter. Beziehungsweise... Ähm... Ich werde mal Magie drauf machen, dann gehen die ja ratzfatz hier. Ja, komm, auf alle mal. Schauen, wie es abzieht. Machen wir mal auf die Feuerklinge. So... Kann ich jetzt noch einmal die Feuerklinge machen? Äh, die Feuerdinge, dann müssen... Feuerhagler, dann müssen sie eigentlich alle tot sein. Schauen. Boah. Komm schon. Mach du deine Blobs, ich mach den Fisch. Okay. Nur noch einer. Den schaffen wir jetzt auch noch. Wenn wir ihn erwischen würden. Jawoll, du hast ihn. So. Läuft doch. Aber ich hab gesehen, wo es weitergeht. Hier. Ah, okay. Wo ist denn rum? Ja, ähm... Ich überleg grad noch, Playstation 1 spiele. Ähm... Legend of Dragoon natürlich. Was ich momentan... Äh... Mit... Äh... Dreambird gespielt habe. Beziehungsweise jetzt mit Spyro weitermache. Super tolles Rollenspiel. Bisher. Dann, äh... Fällt dir noch was ein? Ach, das gab eigentlich einige gute. Ja, ja, es gab sehr viele. Es gibt auch so viele, wo man jetzt nicht so unbedingt kennt. Von den eher kleineren Firmen. Ähm... Ach ja, die Mana-Serie wurde natürlich fortgeführt. Was nicht ganz so beliebt ist bei den meisten, aber, ähm... Auf der Playstation? Das wusste ich gar nicht. Mhm. Legend of Mana fand ich persönlich sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ah, sehr schön. Und da geht das Waffenlevel hoch. Ähm... Das hat mir echt Spaß gemacht. Es war total anders im Gegensatz zu früher... Äh... Zu den früheren Teilen. Äh... Es war so ein bisschen... Da muss man die Welten irgendwie auf einer Weltkarte zusammenbauen. Und es waren so... Es war ein ganz strange Spiel. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht. Äh... Ist aber definitiv Geschmackssache. So, komm, noch einmal. Dann... Müssten wir es doch haben. Es sind schon wieder drei. Mhm. Tatsächlich. Aber die müssten jetzt eigentlich... Also zwei... Müssten... Na? So. Na, komm. Ach, ist doch ein Spaß mit diesen Plops hier. Ah! Wir haben es. Fischi! Da unten! Was willst du? Der macht eine Frostwelle auf durch. Wie frisch ist der denn? Ha! Der Hage meint, die schläft gleich ein. Die muss ich aufwenden. Das hat ein Wasser und so. Wie nett. Äh... Dann gab es noch... Ähm... Wie hieß denn das eine? Gab es nicht auch so... Valkyr Chronicles? Oder war das auf der Playstation 2? Oder Valkyr Profiles? Ist hierzulande auf jeden Fall nicht erschienen. Auf jeden Fall... Ich sag einfach mal, die Valkyr-Serie, die, glaube ich, auf der Playstation 1 ihren Start gemacht hat. Leider nie gespielt. Kann ich nicht viel dazu sagen. Oh nein! Bitte sagen wir nicht, dass da unten ein Blob angetanzt kommt. Kannst du schon nicht mehr sehen, ne? Ich hab's versprochen, dass du diesmal so viel erledigen darfst, wie du willst. Also muss ich die Klappe halten. Wir machen erst mal die Fischis. Und mal gucken, der hat anscheinend gar keine Lust, sich zu teilen. Dann ist er ja human. Es gab noch so ein Rollenspiel. Ich weiß aber den Namen leider nicht mehr. Da war man, ähm... Da musste man in den Träumen anderer einsteigen. Weiß ich jetzt auch nicht, welches das war. Was mir jetzt noch spontan einfällt, war Star Ocean. Star Ocean? Ja. Teil 2. Das unglaublich gut ist. Ach, der hat sich nicht geteilt, weil davor noch Fische waren, hat er sich zurückgehalten. Hätte man ausnutzen müssen. Na gut, das wusste ich nicht. Das letzte Mal wissen wir das. Okay. Hat die Koboldi noch Saft? Ja, dann würde ich sagen... Also ich bin ja jetzt nicht so extrem... Würde ich alleine spielen vor mich so, dann würde ich noch nicht mal die Magie benutzen. Muss ich ehrlich zugeben, ich bin da ein bisschen über... Ich bin sehr erleichtert, dass du es tust. Ja. Teil dich nicht, du. Das ist deine größte Angst, ne? Ich halte es in Schacht. Sehr gut. So, aber ich denke, wir haben auch bald diese... Komm, lass die Ende Ende sein. Du hast genug Glopps oder Schlagen. Lass noch Fischis schlagen. Ja, okay, die Fischis schlagen, ja. Ja, irgend so ein Spiel, wo man in den Träumen reinsteigen konnte. Vielleicht war das sogar Alundra. Ich hab ja Alundra nie gespielt. Alundra, das könnte es sein. Das ist auch noch in der Vitrine. Mhm, Alundra ist auf jeden Fall auch ein schickes Spiel, was ich unbedingt mal spielen sollte. Zuikoden darf man nicht vergessen. Teil 1 und 2 auf der Playstation 1. Hammer hatte gute Spiele. Mit Zuikoden hab ich leider nicht viel am Hut gehabt. Super. Die sind echt super. Vor allem der zweite ist eigentlich mein Lieblingsteil. Muss man gespielt haben. Ganz toll, was die Serie halt ausmacht, ist, dass du ganz viele Charaktere findest. Und in die Gruppe mithaben kannst. Es sind 108 Charaktere. Die man insgesamt finden kann. Und jeder hat halt auch so seine besonderen, ähm, ja, seine besonderen Fähigkeiten. Man kann später noch eine Basis errichten, wodurch die, ähm, wodurch man halt auch Shops eröffnen kann und schmieden. Und die eine, mit der kann man sich immer wohin warben. Also, das ist unglaublich komplex, das Ganze. Wehe, du, teilt dich. Wehe. Ich find das lustig. Dass ich mich so aufrege über diese Blobs. So generell. Was war hier oben eigentlich? Boah, ist die große, die Kanalisation. Aber das ist eigentlich eine gute Taktik. Du hämmerst wie wild drauf und ich geb den normalen Schaden und sie kommen so nicht. Ich hämmer eigentlich so wild auf wie drauf, dass sie, dass es nicht dazu kommt, sich zu teilen. Ja, das ist, das funktioniert. Das ist der Grund, warum ich so drauf hämmer. Das funktioniert. Sonst mach ich das nämlich ja nicht. Ja, klar. Das meine ich ja. Das funktioniert ja. Schön. Mein erstes Let's Play ist auch ein Rollenspiel auf der PS1 gewesen. Nämlich Kugdelga, der Vorgänger von der Shadowheart-Serie, die ja bei mir demnächst ansteht. Was heißt demnächst im Winter? Ist das geplant? Ach ja, es gibt noch so viele, aber ich denke, die restlichen heben wir uns noch für den dritten Part auf. Sonst fänden wir nichts mehr ein für den dritten. Es ist schon soweit für den dritten Part. Bald, ja. Aber ich würde gerne einen schönen Abschnitt finden und ich glaube, wir haben ihn soeben. Reden wir noch mit denen und dann... Wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Hast du dich gekommen im Rebellenhauptquartier? Ich bin John. Der Mana-Held. Ganz bescheiden. Angeber, willst du sie damit beeindrucken? Eifersüchtig, hm? Quatsch. Ich liebe doch Hagen. Hagen? Etwa den Hagen? Äh, warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Wie in Pandoria. Aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr ja... Das solltet ihr übernachprüfen. Okay, das klingt ja beunruhigend. Der ganze Ärger begann vor 15 Jahren. Hm, wer redet noch mit denen? Viel Glück. Vertraut Sarah. Na, sicher doch. Äh, Sarahs Vater hat diese Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet wurde, hat Sarah die Führung der Rebellen übernommen. Sie ist erst 18 Jahre alt, aber eine tolle Frau. Okay, ja. Scheint sehr selbstbewusst zu sein. Und wir machen selbstbewusst weiter in ein paar Tagen, wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.